beim jungen ja willkommen bei let's play metal of warfighter mit mir den sechs netz player ja ich habe überlegt lang überlegt ob ich dieses spiel überhaupt let's plane werde aber nun gut ich habe mich doch noch zu entschlossen auch wenn ich sagen muss mir fehlen hier irgendwie die option also ich habe hier mitwirkende store multiplayer ok hier oben alles klärchen da schaue ich mir mal kurz mal die option an bis gleich so hätten wir jetzt auch alles eingestellt inklusive audi und die grafik ich möchte sagen die grafik ist benutzer definiert ist es nicht auf ultra es ist auf hoch und eh was ist auf gut das war meines erachtens nach beziehungsweise das wort gut schattenqualität weil ich nicht will mit das spiel oder mit flaps hier irgendwie abkackt ich spiele grundsätzlich auf leicht da ich euch das spiel also auf leicht präsentieren will ok ok kampagne starten und da ich nicht will dass es irgendwelche fame einbrüche gibt guterseits nicht mit der schwierigkeitsgrad zu tun aber halt mit der grafik und so ungewollte folgen so wir haben hier den beschuss bringt dich vors kriegsgericht ok also auch noch nützliche informationen drin noch was busius steht für back up aaron state einsatz kimmel kommt wie es das kai karamari ist eines der ältesten kürtel von karachi ok ich habe mich gerade so an so wie klin ja 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 viele waffen verfügen über eine sekundär visier an denen du wechseln kann es eine taktische situation das erfordern alles klar warum lebt das so lange dann mal viel spaß dass ich quatsch natürlich ist ja logisch eine nation definiert sich nicht nicht nur durch die menschen die sie hervorbringen sondern auch durch menschen die sie art und gedenkt john f kennedy die preacher vor acht wochen ja du siehst du siehst du neus als pakistan wir sind in pakistan ok So langsam, beziehungsweise so leise kann man sich also aus dem Wasser Vorwärts Das kenne ich ja nicht nur aus den ersten 10 Minuten Okay, gute Nacht Das war jetzt gescriptet Okay, wir haben gesehen, das Ziel kommt auf euch zu Ganz einfach, lege rein, lege wieder raus und man tut hierher Okay Wir haben hier keine Freunde, entledigen sie Das ist ein Auto Du darfst die Wache nicht erschießen, sonst ist die Operation am Ende Plotier einfach den Sprengsatz Ich sicher dich Okay Okay Zack Und noch einen schönen Kult eingeben Gute Arme Okay Ja Ja Wollen wir durch Reacher, die Wache ist bewaffnet, leg den Kerl um Gute Nacht Gute Nacht Gute Arbeit, such dir eine vernünftige Deckung Wir sind immer noch im Sprengradius, achte noch Linke Maus, das dem zu zenten Ich wach Okay Bumm Kind Ich bin noch Evan Ach keine Hölle Hey Prootta Was zu Hölle ist das was! Ich weiß nicht Ah keine Ahnung manten Bleibe dran Check train Ja, ok. Noch irgendetwas? Ich hab's so geholfen zum Nachflug. Er ist schon loot, er verbrennt. Lass mal. Ich hab's so geholfen. Er hat Moro erledigt. Er ist durch den Temer. Zack, Junge. Ja, wir sind noch dabei. Iden. Ja, okay, okay. Ja, bin noch schon dabei, bin noch schon dabei. Blockier mich nicht, blockier mich nicht. Scheiße, sogar. Elie ausschalten. E-Halt zum Aufnehmen. Ja, schöne Scheiße. Und unternehmen. Und unternehmen. Oh, Leute. Ja, das ist gut. Komm mal weg. Hallo. Oh. Ja, ich hab ab. Oder nicht. Die liegt neu. Ich mach schön im Springer. Elektronikans präsentiert. BABABAM Ein Kamerad, der dir die Hand gibt Ein Endanger Glows Spiel Ewige Explosionen In der Verschirung im Hafen Und viele Emotionen Achso, ja, Middle of a Warfighter Ich weiß wie das läuft, du versprichst dich zu Ende Mach Bella Hoffnung, wir schmieden Pläne und dann kriegst du plötzlich einen Anruf und verschwindest So ist es nicht Frauen, sie verstehen nie was Krieg für ein Wort Sie verstehen nicht, wie man dieses Land beschützen muss Ja Drei Zwei Warum hast du aufgelegt? Ich bin unterwegs, Lavantunnel Du telefonierst beim Fahren? Ist Bella im Auto? Ich fahre nicht Wer dann? Mein Dad, nächste Frage Es tut mir leid Es tut dir leid, wie immer Ich will nicht mehr kämpfen Du lädst dafür Das ist richtig Das ist richtig so Mother Dusty, was ist bei eurer Operation passiert? Keine Ahnung, es war eine ganz normale Sprengung Dann regnet es plötzlich Container und wir liefern uns eine Schießerei mit einem verfluchten Helikopter Und der war bestimmt nicht von der Küstenwache Unmöglich, wir empfangen Siggins Signale von Manila bis Ostafrika Ihr habt mit eurem Feuerwerk irgendwen wütend gemacht Irgendeine Ahnung, wen? Die Liste ist ziemlich lang, Bruder Tun wir OGA einen Gefallen, bleiben am Hafen und arbeiten die Liste ab Nein, das ist nicht Sache der Nevi Dasti Wir bräuchten eine Genehmigung von ganz oben Die hab ich schon Tja, war ja klar Was sagen denn deine Quellen vor Ort? Wir hatten da jemanden, Codename Argyrus In einer Zelle auf der arabischen Halbinsel Ihr hattet jemanden Wir haben seit Monaten nichts von ihm gehört Echt beunruhigend Er könnte tot sein oder ausgeflippt Er könnte überall sein Okay, dann werden wir uns den Typen mal... Kräueln... Ah ne, wir schlüpfen jetzt in die Rolle dieses Spielers Also vielleicht noch nichts kleine Anmerkungen Sollte die Lautscharke zu laut sein, wird sie in der zweiten Folge reguliert Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Ort gekommen bin Das ist nicht wichtig Das ist wichtig, dass die Gefallen auf dem Haus Und wir haben von uns dass sie ein paar von uns sind Sie finden, dass sie die Gefühle Wir sehen uns Wir sehen uns Wir sehen uns Wir sehen uns die Leute, sie sind die Und sie werden mit der Handlung und der Handlung Und ihr könnt ihr ein paar Sieht aus, es war ich im Unterschlupfen zusammen mit dem Laden. Oh ja, nur Sprinten. Wie bei Battlefield, äh LSC, linke Steuerungstaste, hallo? J, ah J war es, alles klar. Ja, das sieht man da hinten schon an. Hüpp. Soll ich da immer so schießen oder was? V zum Durchschalten des Feuermoduls, rechte Maustaste zum R zum Nachladen. Äh, zum Zoomen, während des Zoomen ist die vom Raum zu schalten, okay? Was? Das zum Zoomen? Um während des Zoomen ist viel Raum zu schalten. Hä? Ne. Ne. Wie jetzt? Ah, alles klar. Gehe, Granaten werfen. Okay. Standort halt. Du bist mein Bruder? Du bist mein Bruder? Ich bin die Schläge von dem Motort. Enttäckle die Tür mit der Schläge zu einem anderen. Ich bin die nächste Tür, dann gehen wir rüber mein Bruder. Gibt es die Schäge und ein Pferd auf dem Motort. Ich bin die Schläge von der Sitar und ich habe die Schläge von der Schläge zu lassen. Ich bin die Schläge von der Sitar, ich bin die Schläge von der Sitar. Ah, ah, ah Aaah Die Idee nach nach rechts zu sperren Alter, Alter Ah Ey, ja Voilàe Alter! Das Maul ist in der Ball Ok Standortgeschichte, die man halt auf Call of Duty Basis kennen, ne? Sollten das sein, Zivilisten Ach die Sound sind nice Oh ja, Upa, gib Ruhe Servus, Servus, warte F, Nahkampf Sind die? Ach Rastra Geht jemand doch ab dem Badmachchen? Geht ihr durchsprechen? Na Fustrit, was denn sonst? Ja ok, na wie sie sind ja navigieren Fustrit Standort Wir haben mit Leid, aber wir haben uns für Sie zu tun. Du bist durchschnittlich Wenn du mit dem Dirigst, kommen wir ins Ambiente. Wenn du mit dem Dirigst, kommen wir zur debate, wenn du mit dem Derbyst hin und dann wieder die Als du mit dem Dirigst, kommen wir in die Rolle. Ich arbeiten mal, ich habe die Asse zäure. Oh, ja, gut, nochmal. Dann halt jetzt nochmal und das ist ein Tick schneller. Groß. Ja, ja, bin noch dabei. Okay, also ganz ehrlich, die Waffen, die Waffen zu uns, die Waffen zu uns sind nice, dementsprechend das wird man nicht nachladen. Ja gut, jetzt wehren wir das halt aus, wir machen Fußtritt und navigieren das hier lang. Fußtritt, hier lang. Top. Jetzt übrigens die Ausbildung zurück, wer zurecht beginnt. Ah, alles klar, hätte ich noch nicht machen müssen. Ha ha ha, lustig. Nicht gut. Welche Sprengsätze habt ihr benutzt? Oh, Ladung. Gerade genug, um es wie eine defekte Benzinleitung aussehen zu lassen. Der Sekundärschaden geht nicht auf uns. Nein, die Explosionen kamen aus dem Inneren des Containers. Das bestätigt unsere Theorie mit den Sprengstofflieferungslieferungen. Ah, was. Und wem gehört das Zeug? Ah, eine scheiß Briefkastenfirma in Dubai. Ist ziemlich aktiv. Karachi, Philippinen. Das Handy, das ihr gefunden habt, ist eine große Hilfe. Okay, ich muss das fragen. Wie geht's dir? Das geht schon. Sobald's politisch wird, sollen wir das Feuer einstellen und tanzen. Bin aber kein Tänzer. Okay, also. Ab sofort leitet Wulu-Mail. Das wird ihn zwar nicht freuen, aber er steht bereit. Das hoffe ich. Wir kriegen gerade nasse Füße. Ach. Darfst du mir mehr sagen? Im Moment nicht. Wir bleiben in Verbindung, Mann. Hey, Stump. Wenn ich's nicht schaffe, gib das meiner Ex-Frau. Aha. Mehr kriegt sie nicht. Kann losgehen. Alles andere hat sie nämlich schon. Eine Minute. Eine Minute. 30 Sekunden. Du startest die Boote. Ah, wir springen da wieder. Okay, was ist das? Okay, was ist das? Okay, was ist das? Okay, was ist das? Und unsere Kameraden hinterher. Und ich denke mal, wir. Jetzt auch. Und wir haben einenEuro-Mail. Stunt. Vorher noch eine Luft. Dort, Bingo. Grünes Licht, Mann, sie greifen an. Gladiators im Anschluss gehen runter! Weich bis los! Vor ein bisschen, vor wie! Schöchst! Drive使用 Gladiator 1 1. Wir fliegen uns zurück und greifen mit Tests aus sicheren Infernung an. Beko heißen! Ihr seid jetzt 5 Minuten nach euch gestellt! Project Radiator 1-1 Dingo, das war die Luftunterstützung Okay, TF Grizzly soll dafür sorgen, dass niemand Ärger macht Alles klar Dingo, wir schleichen ins Lager und greifen an Das ist genau in der Mitte von Pirate Town Verhalten die Strukturen im Arm Und da würde ich sagen, ich beende erstmal den Part Ich bedanke mich fürs Zuschauen Leute, wir sehen uns im zweiten Part Bis dann, haut rein!